Moment, halt mal still. Nur für einen Moment. Genau, schrei. Oh, der war ja mal Epic Fail. Oh, jawohl, ich hab ihn erwischt. Schön, dass er reingejumpt ist. Immer frage ich mich echt, wie manche Schüsse so daneben gehen können. Oh, die lassen sich einfach nichts anmerken. Oh, der ist down. Ich liebe es. Einfach mit Ballern. Ah, Lokus, Abschaum. Aufzulaufen. Boah. Keine Luft, da weg. Wahnsinn. Und so ist er. Oh. 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 WDR mediagroup GmbH 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 Na komm, die machen ein Zuhackfleisch. Was ist der jetzt mit dem Viech abgehauen? So sieht es aus. Nicht so viel bewegen. Kann dieses Viech nicht bleiben. Der ist tot. Und das Viech lebt immer noch. Ja, genau. Okay. Komm schon. Time to die. So viel Schaden, so schnell. Wieso? Ich fahr doch noch nicht mal rot gerade komplett. Die müssen sich komplett auf mich konzentriert haben. Okay. Ich nehm mir die Granaten mit und dann gehen wir voll drauf. Pass auf, dass du keine Zivilisten triffst. Ja, wo verstecken sie sich? Okay. Oh, die hoffen mich konzentrieren. Das ist böse. Ich muss die letzte annehmen. Ah, ein Dom hilft ihm schon. Wie kann das denn jetzt kein Headshot gewesen sein? Okay, das war garantiert keiner. Komm weiter her. Ja. 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 Das ist dumm. Das ist sicher. Boah. Letzte Sekunde, bevor er mich gerammt hätte. Na, kommt noch ein Headshot hin? Fuck, da hinten ist irgendwo einer. Oh, muss ich schon. Kommt gar keiner. Hier sind noch mehr. Reaver? Oh, oh. Boah, weg hier. Leider. Direkt unter Beschuss. Boah, war das knapp. Okay. Hier muss wahrscheinlich meine ganze Position drauf gehen. Geh doch. Ich bin so viel weggesteckt wie die anderen. Shit. Ich hätte das Headshot sein müssen. Ich bin getroffen. Unter. Sniper. Nur dahinter. Der kann uns nicht mehr treffen. Das Erste. Leider doch. Gebt hier gleich Snipern. Ich habe Charly 9. Locust nähern sich unserer Position. Wir brauchen Unterstützung. Verstanden, 4-5. Delta ist auf dem Weg. Bewegt euch, Delta. Dem Pilot bleibt nicht viel Zeit. Hey, Delta, hier Cole. Überall Locust hinterhalte. Bleib weg von dem Hubschraub. Cole, hörst du mich? Cole! Das hört sich gar nicht gut an. Ja, hoffentlich. Da ist das Rauchssignal, Delta. Ab in diese Richtung und bereit halten. Nicht nur wir folgen diesem Weg. Also, go, go, go. Okay, hier ist nichts, nichts. Häuser, Häuser, Häuser. Oh, Kopsa. Das ist ein riesigen Viecher. Oh, Kopsa. Hier hoch. Konzentriert euer Feuer auf den Tunnel. Okay, Feuer auf den Tunnel. Eine Marde weniger. Erteiler. Vorgenau inzwischen. Oh, ja. Auf geht's. Down. Schon wieder ein Reaver. Der sieht gleich weg, wozu. Oh, der frisst. Oh, wie knapp. Oh, der ist schon mal... Oh, ich dachte, ganz viel lieber verrenkt. Oh, ich schon. Wieder so knapp. Wie die Schölen. Na. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Mach ein Foto. Was? Ich mach das einfach keinen Schaden. Ho, 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 ho. Der nächste. Nicht so viel bewegen. Armin. Na komm, zeig deinen Kopf. Gibt's doch nicht. Geh zu dem hin. Flank dem die Birnen ein. Ich mach das nicht mehr hoch. Wahrscheinlich kommen da noch viel mehr. Oh, ja. Und hier. Ach, da sollten wir nicht drauf stehen. Oh. Okay. So einfach geht das. Zum Glück kommen wir nur außen rum. verdammt, nicht rechtzeitig geschafft. Zentrale, KR54 und Charlie 9 sind gefallen. Delta, Ende. Zurück ins Gebäude. Hier draußen sind wir Zielscheiben. Wie wir das sind. Oh, das war's so klar. Ich würde die Sniper benutzen. Sollen sie mal. Wir müssen nur gucken, dass sie die Granaten nicht so kacke hier runterpfeffern. Gebt ihnen saures Delta. Zentrale, hier Delta. Wir brauchen dringend Verstärkung. Fuck. Da haben wir einmal angeschossen. Wir brauchen dringend Verstärkung. Wir brauchen dringend Verstärkung. Aber ein Vollträffer. Es ist zu viel. Wahnsinn. Komm schon, Tom. Helf ihm. Mayday, Mayday, Mayday. Hier Delta, Armee, Lima, Kata. An allen Dorf in der Nähe. Mayday. Wieso zum Teufel ist das nie ein Headshot? Machos ist das- Schein so. Ich spiel das Spiel wie niemand sonst. Niemand. Cool. Haha, der einzig wahre Baby. Habt ihr gesagt, du sollst von dem Hubschrauber wegbleiben? Hast wohl ziemlich in der Scheiße gesteckt, Mann. Allerdings. Danke für die Hilfe, Cole. Wo ist der Rest deines Trupps? Das ist mein Trupp. Außer Bert und Tanner. Wir wurden nach dem Absprung getrennt. Ihre letzte Meldung kam von hier irgendwo. Hört sich nach einem neuen Ziel an. Zentrale, hier Delta. Vergesst das, Mayday. Cole ist bei uns. Bert und Sigma vermisst im Einsatz. Wir helfen bei der Suche. Bei uns? So hört sich das an, wenn ich deinen Arsch rette? Verstanden, Delta. Zusätzliche Trupps zur Sicherung von Ilima sind unterwegs. Roger, Zentrale. Wir melden uns. Delta Ende. Bei uns? Der war gut. Gut, dass ihr euren besten Mann zurück habt, Delta. Willkommen zurück, Coltrane. Der Coltrane. Der ist wirklich ziemlich krass. Der rammt jeden weg. Vor der zu den Gears kam, beziehungsweise zum Cockteam, war der Pulsierer der Footballspieler. Ihre letzte Nachricht kam von da oben. Aus Richtung Tunnel. Aus Richtung Tunnel. Dann sehen wir mal nach.